Hallo meine Beauty, Begeisterten, Wunderhübschen... Was ist hier los? Hello Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nicht erschrecken, es ist ein bisschen anders. Ich habe ein bisschen mehr Licht, ich habe ein bisschen anderen Tonen, ich habe ein bisschen mehr andere Kameraeinstellungen. Das bleibt jetzt aber erstmal so, ich hoffe es gefällt euch. Daumen hoch für mehr Qualität. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass sehr, sehr viele YouTuber immer die gleiche Begrüßung benutzen? Und ich frage mich dann jedes Mal wieder, warum machen sie das eigentlich? Und wenn ich so in meiner Abo-Box rumgucke, dann fällt mir immer wieder auf, dass manche YouTuber wirklich eine besondere Begrüßung haben. Ich weiß nicht, ob ihr den einen oder anderen vielleicht kennt. Ihr könnt ja mal versuchen, ein bisschen mitzuraten. Hallo und wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hey und willkommen zum neuen Video. Wir essen heute wieder ein paar exotische Früchte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Na ihr Nudeln? Hallo meine süßen Mäustchen, ich bin's wieder, euer... Hey guys! Salve te, discubule, discubuleque. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo meine beautybegeisterten, wunderhübschen, wunderschönen Hypen, die genauso beautybegeistert sind wie ich. Und hallo Jungs und hallo alle anderen. Hö, wie geht's? So, was ist das? Das ist monoton. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu... Hallo Leute! Ein logischer Grund wäre natürlich, dass alle ihre Zuschauer entweder besonders blind oder besonders dumm sind. Oder sie machen es einfach, weil sie dadurch einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Das kann ich natürlich auch eindeutig verstehen. Habe ich trotzdem keinen Bock drauf. Ich behaupte jetzt auch einfach mal, dass die meisten meiner Zuschauer nicht unbedingt demenzkrank sind. Oh, das ist kein Hut, nimm sie einen Schlippi vom Kopf. Ah ja, okay, hohohoho. Okay, der war schlecht. So, das war's auch für heute, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne eine Bewertung da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch für seltsame Begrüßungen von YouTubern kennt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Hier geht es zu meinem letzten Video. Klickt da mal drauf, wenn ihr Bock habt. Unten könnt ihr mich abonnieren. Hier könnt ihr mich, glaube ich, auch abonnieren. Ich weiß es gerade nicht so genau. Ich glaube hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss! Was ist das denn, bitte? Das klingt einfach so scheiße. Was hast du denn bloß dabei gedacht? Junge. Sei bitte. Entschuldigung. Ich kann das nicht, ohne zu lachen. Beauty-Begeisterten, Wunderhübschen. Was ist hier los? Oh Gott. Meine Beauty-Begeisterten, Wunderhübschen, Wunderschönheiten. Okay. Hätten die genauso bege... Die Begeisterten sind wie ich und Hallo Jungs und Hallo Ander Andern. Das ist krank. Hallo meine Beauty-Begeisterten, Wunderhübschen, Wunderschönheiten. Hätten die genauso begeistert... Nein. Was muss reichen jetzt? Oh mein Gott. Noch einmal.